Liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Leinsitztal TV. Im Dezember widmen wir uns der Kulinarik in der Kleinregion. Dafür besuchten wir einen Waldviertler Erb für Bauern, die Fürstenbergsche Forst- und Güterdirektion, die Brauerei in Weitra und das Brauhotel in Weitra. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zusehen. In der Kleinregion Leinsitztal hat das Thema Kulinarik einen ganz besonderen Stellenwert. Wir können bei den Produkten Kartoffeln, Karpfen und Bier von der Produktion bis zum Genuss in unseren Gastronomiebetrieben die ganze Bandbreite bieten. In Weitra hat heuer das Thema Bier ganz einen besonderen Stellenwert. Wir feiern 700 Jahre ölteste Braustadt und unsere Gastronomiebetriebe haben sich bemüht, hier rund um das Thema Bier auch kulinarisch einiges zu bieten. Unsere erste Station führt uns in die Bierwerkstatt Weitra. Dort erzählt uns der Braumeister Heinz Wasner, wie das Bierbrauen funktioniert. Zur Bierherstellung brauchen wir ein paar Rohstoffe, wie Wasser, Hopfen und Braumalz. Und jetzt hätte ich gesagt, starten wir mal einen Hundgang durch die Brauerei, fangen wir mit dem Sudhaus an, wo wir dem Braumalz dann mehr oder weniger die Würze machen, die dann die Basis für das Bier ist. Der ganze Vorgang da im Sudhaus rennt relativ vollautomatisch ab. Die Mitarbeiter überwachen den ganzen Vorgang, was da passiert, dann die Rohstoffe bereitstellen, dann die Rezepturen einstellen, was wir brauchen und kontrollieren halt, dass das einwandfrei funktioniert. Wir haben jetzt hier sechs offene Gärbottiche. Das heißt, die Würze, die im Sudhaus produziert wird, wird dann abgekühlt, wird dann mit Sauerstoff belüftet und wird dann mit Hefe versetzt. Und in diesen Bottichen findet dann die alkoholische Gärung statt. Nach einer Woche ist das alles fertig vergoren. Und dann wird das Volumen des Gärbottichs in einen der Lagertanks gepumpt, was wir drüben gesehen haben. Wenn die Biere dann da fertig sind, dann kommen wir mit dem Tankwagen, holen das Bier dann da aus weiter ab, fahren mit dem Bier nach Zweitl. In Zweitl wird das Bier dann filtriert und in Flaschen und in Fässer abgefüllt und auf den Markt gebracht. Wir machen hier in Weitra drei Biersorten. Wir haben unser Hartmann Bio-Bier, wir haben das Weitra Hell und jetzt zur 700-Jahr-Feuer heuer haben wir dann ein schwarzes gemacht, ein schwarzes Bier mit blonder Seele. In den letzten beiden Jahren wurden insgesamt 4,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Brauerei investiert. Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr 700 Jahre Braustadt Weitra konnte der Umbau abgeschlossen werden. Jetzt sind wir im ganz alten Teil der Brauerei. Da waren früher die Lagertankerinnen gestanden, die alten. Und da haben wir jetzt unser Spezial-Malzlager. Da lag jetzt die Sackware, die wir brauchen für unser Hartmann Bio-Bier. Da hätten wir jetzt zum Beispiel ein spezielles Biomalz, das ist eine Karamellbirke. So schaut das Malz aus. Das schmeckt total süß, was das Beißen. Und das ist die Süße, was später dann mehr oder weniger die Basis ist, dass das dann ein Bier wird. Da haben wir jetzt einen Hopfen für unser Helles. Den Hopfen, den wir zum Bierbrauen brauchen, der wächst in der Region um das Wettl. Also wir haben da eigene Hopfenbauer. Wenn der Hopfen verarbeitet ist, dann werden das so richtig schöne Hopfenpellets. Und die haben jetzt den Bitterwert und das Hopfenaroma, das nachher dem Bier die Bittere geben. Ja, das Besondere an der Weitra Brauerei ist natürlich, dass der Betriebsstand dort schon sehr, sehr alt ist, einen guten Namen hat. Aus der Braustadt Weitra. Weitra sind ja früher einmal die ganzen Brauer ausgebildet worden. Es war uns wirklich wichtig, auch diesen Standort so zu erhalten und die Tradition des Bierbrauens in Weitra weiterleben zu lassen. Die Tradition des Bierbrauens in Weitra besteht bereits seit 700 Jahren. Im Jahre 1321 wird der Stadt das Brau- und Absatzmonopol offiziell gewährt. Wir haben heuer das 700-Jahr-Festival, 700 Jahre Braugerechtigkeit der Stadt Weitra. Und also der Bierpfad, die Biermeile ist neu gemacht worden. Da sieht man überall so Messing-Dolten, Hopfen-Dolten am Gehsteig und im Pfloster und das zeigt die Gehrichtung an von der Biermeile. Das sind neue Stationen. Ist circa 1,6 Kilometer lang, so lang wie die Meile ist. Und dann haben wir im Schloss oben das neue Biermuseum gemacht, also die Erlebniswelt-Bier, wo sich alles rund ums Bier dreht. Also von historischen, dann von den Grundstoffen, Hopfen, Malz, Gerste, Wasser. Weil Bier besteht, so traurig es klingt, zu 90 Prozent noch immer aus Wasser natürlich. Und dann Braugeräte und dann Brauerei und Geselligkeit und so weiter. Was halt alles dazu gehört zum Bier. Nach dem Bier widmen wir uns nun dem Karpfen. Die Fürstenbergsche Forst- und Güterdirektion bewirtschaftet seit über 400 Jahren Teiche rund um Weitra und ist damit Teil der Schutzmarke Waldviertler Karpfen. Im Waldviertel wird Karpfen seit dem Mittelalter gezüchtet. In Weitra zum Beispiel die ältesten Teiche datieren zurück auf zweite Hälfte 15. Jahrhundert. Und es hat sich eigentlich in der Bewirtschaftungsweise seit dieser Zeit nicht viel geändert. Das heißt, es ist nach wie vor ein Handwerk. Das heißt, viel Handarbeit ist notwendig. Es ist die Karpfenteichwirtschaft arbeitsintensiv. Vor allem an manchen Tagen im Jahr, wo man dann wirklich große Herschauen an Menschen braucht, die helfen beim Abfischen etc. Wir haben die 35 Hektar Teichfläche ernten im Jahr zwischen 15 und 20 Tonnen Karpfen. Und von diesen, sagen wir mal 15 Tonnen, sind circa zweieinhalb Tonnen, also 2500 Kilo Fisch, was wir in der Weihnachtszeit verkaufen. Es ist bei uns nicht mehr, weil wir in Fisch zur Gänze selbst vermarkten. Das heißt, wir haben jeden Freitag im Jahr, also 52 Freitage im Jahr, unseren Detailverkauf offen. Schlachtender auch. Aber das Geschäft, wenn man es so nennen darf, geht gut. Das heißt, die Leute schätzen die Regionalität, schätzen die gute Qualität. Es wird aber auch die Tradition hochgehalten und darum doch den relativ hohen Anteil an Karpfen, der zu Weihnachten über den Schlachtraum und über den Verkaufstisch geht. Waldviertler Karpfen Waldviertler Karpfen ist im Endeffekt nicht nur das, das aus dem Waldviertel kommt, sondern das ist eine Wortbildmarke, eine Schutzmarke, die strenge Bewirtschaftungskriterien hinterlegt. Im Endeffekt sind es drei Sachen, die man erreichen will. Das erste ist einmal eine extensive Bewirtschaftung, eine Regionalität und das dritte ist Qualität. Und die Qualität ist ganz wichtig. Das ergibt sich aber aus der Bewirtschaftung heraus. Das heißt, dass diese extensiven Bewirtschaftung aus dem wenig, was zugefüttert wird in hoher Qualität. Das heißt, der Fisch, der Karpfen ist fettarm. Das heißt, wir reden von im Schnitt im Waldviertel circa fünf Prozent Fettanteil. Das heißt, weniger Fett als so mancher Fisch, der als gesund betrachtet wird. In einer Folge über Kulinarik im Leinsitztal darf natürlich auch nicht die Kartoffel fehlen. Dazu haben wir den Biobauern Josef Weiß auf seinem Hof besucht. Wir haben eigentlich einen eher für das Waldviertel typischen, klein strukturierten Betrieb. Das heißt, wir haben Getreide, wir haben Erdäpfel, wir haben Annotiere, eine Mutterkuhherde. Das heißt, bei uns laufen die Kauberl mit der Kuh mit. Sie haben einen Freilaufstall, dürfen eigentlich Sommer, Winter immer ins Freie. Generell muss man bei den Erdäpfeln sagen, gibt es drei Grundarten. Das sind einmal speckige, mehlige und dann gibt es noch die Industrie-Erdäpfel. Bei den speckigen ist es so, das sind eher die Erdäpfel, die für einen Salat verwendet werden, Beilagen-Erdäpfel. Dann gibt es die mehligen. Die mehligen sind eher rund, werden verwendet für Püree, Erdäpfelknödel. Was wir dann auch noch anbieten auf unserem Betrieb, sind eben bunte. Es gibt eine Vielzahl von bunten Erdäpfeln, kommen eigentlich aus Südamerika, aus Peru. Da gibt es zum Beispiel nur eine blaue Elise, auch noch die rote Emma. Das sind beides festkochende Salat-Erdäpfel oder für Beilagen geeignet. Wir haben ca. dreieinhalb Hektar Erdäpfel, was wir anbauen. Eineinhalb Hektar davon ist Saatgut. Das, was für eine Saatgut-Firma erzeugt wird. Der Rest wird bei uns direkt am Hof vermarktet. Das heißt, teilweise über Internet verschickt. Wir haben Stammkunden, die jedes Jahr zu uns kommen. Und wir haben auch Großküchen, die wir dann eigentlich regelmäßig beliefern. Und zum Abfluss besuchen wir noch das Brauchhotel Weitra und lassen uns überraschen, was der Küchenchef uns zubereiten wird. Unseren Karpfen oder Fische im Allgemeinen sollte man frisch verarbeiten. Nur so behält er seinen typischen Geschmack. Da der Karpfen eigentlich sehr viel Eigengeschmack hat, braucht man gar nicht allzu viele Gewürze verwenden. Ja, es genügt ein bisschen Salz, Pfeffer, ein paar frische Kräuter und einfach schonend zu braten. Wir haben heute einen gebratenen Weitra Karpfen in der Biersoße gemacht. Dazu haben wir Waldviertler Erdäpfelpuffer gemacht. Waldviertler Erdäpfelpuffer nennen wir es deshalb, weil wir halb rohe Erdäpfel und halb gekochte Erdäpfel nehmen. Das ist eine Anlehnung an unsere Waldviertlerknödeln. Was ist der Ökologische Kreislauf Morbath-Habbach? Durch den Einbau in den ökologischen Kreislauf Morbath-Habbach ermöglicht es uns heute saisonale kulinarische Köstlichkeiten, wie zum Beispiel Erdäpfeln, Kapfen und so weiter anzubieten, frisch vom Biobauern. Des Weiteren haben wir spezielle Biere, wie zum Beispiel unser mild süffiges Hausbier. Neben mehreren Pauschalangeboten für Urlauber und einem eigenen Seminarzentrum hat das Brauhotel auch eine eigene Gasthausbrauerei. Unsere Gasthausbauerei steht eben offen zur Besichtigung während der Öffnungszeiten. Mehrmals pro Woche bieten wir auch Führungen an und manchmal mit Bierverkostungen. Des Weiteren auch das Bierstacheln, wo eben das Bier durch einen speziellen Vorgang gestachelt wird, einen besonderen Geschmack bekommt, etwas süßer, etwas malziger wird im Geschmack. Wir wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.